Herzlich Willkommen zu Jörn Schaars Feinem Podcast Episode 275. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Auch diese Folge wurde lange, lange vor Veröffentlichungsterminen aufgezeichnet, hier im Garten der Casa Schasa. Ja, denn statt Sommerpause habe ich gedacht, ich mache so ein bisschen Podcast Empfehlung Sommer und erzähle so ein bisschen über die Podcasts, die ich in meiner Aboliste habe. Und letztes Mal bin ich ungefähr bis 30 gekommen, würde ich sagen und mache jetzt einfach mal weiter und zwar mit der Audiospur von Ditsche. Ditsche ist ja eine Comedy-Serie von Oliver Dittrich, der als Ditsche im Bademantel immer in die Eppendorfer Grillstation stolziert kommt, wo sein Kumpel Ingo ihn schon erwartet. Und dann unterhalten sich die beiden immer relativ genau, 26 Minuten lang darüber, was Ditsche so erlebt hat und was ihn bewegt gerade und wie seine Sicht auf die Dinge ist. Super witzig, hört da unbedingt rein. Denn witzigerweise funktioniert das, also was für mich nicht funktioniert, ist die Sendung im Fernsehen anzugucken. Erstmal wegen linearem Fernsehen und Sendeterminen, das passt nie zusammen. Und zum anderen vergesse ich auch immer, dass Ditsche gerade läuft und gucke dann nicht in die Mediathek. So, das funktioniert irgendwie nicht. Was für mich aber tatsächlich ganz gut funktioniert, ist das einfach in Audio nachzugucken. Also ich sage mal neun von zehn Folgen funktionieren auch rein mit Audio. Ganz selten, dass da mal in der Show was passiert, was man nur sehen kann. Und deswegen bin ich ganz froh, dass sie das auch als Podcast anbieten. Das ist ganz nice. Und auch ein schönes Projekt ist Dr. Ludwig, ein Podcast-Roman. Zwei Typen schreiben gemeinsam einen Arzt-Roman, so einen Groschen-Roman und lassen die Hörer daran teilhaben. Schöne Geschichte, man konnte sich auch, also es ist jetzt gerade mal wieder, ich glaube Staffel zwei ist zu Ende. Bei den Nachbarn ist Party im Garten, die haben irgendwie den Pool aufgebaut. Sorry für die Nebengeräusche an der Stelle, aber dafür sitze ich ja auch im Garten. Also Staffel zwei ist gerade zu Ende, der zweite Roman, ein Prequel zum ersten, ist jetzt gerade fertig und jetzt haben sie so ein bisschen kreative Pause. Es geht um Dr. Bernd Ludwig, einen Kardiologen von Weltrang, der irgendwelche Sachen erlebt und amoröse Abenteuer und so weiter und so fort. Manchmal ein bisschen zu blödelig für meinen Geschmack, also ich würde gerne ein bisschen mehr straight forward in die Folgen reingehen. Ich fand es nichtsdestotrotz sehr, sehr unterhaltsam und habe mich da auch mit ein oder zwei Ideen, glaube ich, beteiligt im Rahmen dieses Kapitels. Und dann einer meiner Lieblings-Podcasts zur Zeit, Drama Carbonara, habe ich ja schon in ungefähr allem empfohlen, was ich so kriegen kann, wo ich sie unterbringe. Drei Frauen lesen aus den Kurzgeschichten des Kelter Verlags. Gilt das eigentlich schon als heimliches Mitschneiden von Gesprächen, wenn die so laut rumschreien in ihrem Garten? Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel nachher auf der Aufnahme drauf ist. In Drama Carbonara sprechen Tatjana, Jasna und Asta miteinander über Kurzgeschichten aus dem Kelter Verlag, die wahnsinnig kitschig sind. Und sie holen sich immer mal GastleserInnen dazu. Und es ist einfach wahnsinnig witzig, denen dabei zuzuhören, wie die sich kaputt lachen über diesen Quatsch, der in diesen Romanen drinsteht. Kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Und wenn das alles vorbei ist mit diesem Corona-Mädels, ich bin am Start als Gastleser. Ich komme nach Wien. Schön im Autozug. Das wird fantastisch. Einschlafen-Podcast, muss ich auch nichts mehr zu sagen. Tobi Beyer ist the man, wenn es darum geht, nachts zur Ruhe zu kommen, ein bisschen entspannt wegzudriften ins Einschlafland. Und ja, höre ich eigentlich fast jeden Abend. Deswegen versaut er mir so ein bisschen die Podcast-Hörstatistik in meinem Podcatcher. Diese App kann das seit einigen Versionen, dass sie mit aufzeichnet, wie viele Stunden man von einem bestimmten Podcast gehört hat. Und unangefochten auf Platz ganz, ganz weit vorne ist der Einschlafen-Podcast. Der sagt, ich habe jetzt 809 Stunden Einschlafen-Podcast gehört. Und das stimmt ja auch. Aber halt so, Tobi veröffentlicht ja im Zwei-Wochen-Rhythmus. Das heißt, ich habe eine Folge mindestens an 14 Tagen, 14 Abenden angemacht. Wenn ich Zeit habe zum Mittagsschlaf, dann halt auch zweimal an dem Tag. Und wenn ich zwischendurch nachts wach werde, dann eben auch dreimal. Also das ist, die Statistik ist für den Arsch. M. Boblo ist noch mit in der Liste. Das ist so ein Spin-Off-Podcast von Puerto Partida. Da gab es ja die Figur von Stefano, Stefano Colportis und Udo Tablo Teniso. Und die zwei haben sich halt zusammengetan und haben gesagt, wir machen einen Impro-Podcast, der in Stefanos Kneipe dem Boblo spielt, dem Bongusta Blonda. Da bin ich immer mal wieder zu Gast. In ganz unregelmäßigen Abständen wird da eine ganze Staffel aufgezeichnet. Das ist so ein bisschen wie Ditsche. Da werden dann halt irgendwie 20, 30 Folgen an einem Abend aufgezeichnet. Und die ergeben dann die neue Staffel. Das ist manchmal ganz absurd, manchmal vollkommen rätselhaft, immer improvisiert. Es gibt nur immer so ein paar ganz grobe Ideen, wer jetzt teilnimmt, wer gerade mit in der Folge beteiligt ist und was diese Personen dann genau machen. Und es ist auf jeden Fall immer wahnsinnig witzig bei der Aufnahme. Und dadurch, dass der Bearbeitungszeitraum auch relativ lang ist, hat man dann bis zur Veröffentlichung in der Regel wieder vergessen, was man gesagt hat. Und dann ist es auch wahnsinnig lustig. Der Erklär-Mal-Podcast ist das Nachfolgeprojekt zum Kohlen-Pod von Christian, wo er sich Sachen erklären lässt oder erklären lassen will, muss man fairerweise sagen. Denn bisher gibt es auch hier nur eine Folge, nämlich mit André Lampe. Den hat er auf dem 36C3 getroffen und hat sich von ihm erklären lassen, wie funktioniert eigentlich ein Mikroskop. Ja, und das ist eine tatsächlich sehr schicke Folge geworden, die ich sehr gerne gehört habe. Jetzt hoffe ich nur, dass es irgendwann dazu reicht, dass da noch ein paar Folgen hinterher kommen. Denn auch dieser Podcast, der schafft es noch nicht aus meiner Podcastliste raus. Also es gibt da noch keinen Grund für mich, den zu löschen. Der ESC-Schnack. Ach ja, da habe ich so ein bisschen so ein ambivalentes Verhältnis zu. Denn ich bin ja nun wirklich überhaupt kein Fan des Eurovision Song Contests. Dafür meine lieben Freunde Daniela und Christoph umso mehr. Und die unterhalten sich ungefähr monatlich über Neuentwicklungen, neue Verwicklungen beim ESC. und machen das in einem Podcast in einer Weise, wo ich einfach auch wahnsinnig gerne zuhöre. Selbst so Folgen wie Songchecks, wo sie also die Songs aller nominierten KünstlerInnen minutiös durchgehen und besprechen, was daran jetzt cool ist und was schlecht und ob es der Song auf die Playlist schafft beziehungsweise ins Halbfinale oder nicht. Also inhaltlich für mich persönlich vollkommen uninteressant. Juckt mich null. Aber ich mag halt die Leute. Und dann höre ich zu. Ja, so funktioniert Podcasten ja auch manchmal. Auch ein Podcast, den ich schon ewig in der Abo-Liste habe, ist Esel und Teddy. Esel Müller und Teddy Christetzko. Das ist Kunst einfach, was die machen. Das ist, man kann das, also mir fällt da keine Kategorie ein, wo die reinpassen. Mal unterhalten sie sich einfach nur, mal haben sie irgendeinen Wettbewerb und treten gegeneinander an und ärgern sich gegenseitig und spielen miteinander. Jetzt neulich haben sie einen Kurzfilm minutenweise besprochen oder irgendwann haben sie dann auch mal irgendwie so alte Videospiele gegeneinander gespielt. Ganz, ganz spannend, ganz verrücktes Konzept auch. Und ganz weit vorne in meiner Emo-Liste und tatsächlich bis jetzt gerade vor kurzem, nämlich bis heute eigentlich, ein Podcast, wo ich neue Episoden immer gleich vorne eingereiht habe in der Playlist und wo ich mir die Chronologie meiner Playlist immer mit kaputt gemacht habe. Fake Doctors Real Friends. Zach Braff und Donald Faison sprechen über ihre Zeit am Set von Scrubs. Und es ist so unglaublich gut, es ist so wunderbar. Die beiden haben so eine tolle Chemie zusammen, haben einen sensationellen Intro-Song gemeinsam aufgenommen und das, obwohl sie zu der Zeit schon in Corona-Quarantäne waren. Wirklich, wirklich toll. Sie schalten sich immer über Zoom mit irgendwelchen Leuten zusammen, alte Kollegen holen noch einen Fan dazu, haben dann noch zwei Producer im Hintergrund, die auch noch irgendwie mitmachen. Und entsprechend klingt das halt auch mal komisch oder doof oder mitunter sogar richtig scheiße. Aber es ist inhaltlich halt einfach so fantastisch toll, weil manche, du sitzt da und du lachst dich einfach Schrott über diese Absurdität, auf was für einen Quatsch die zum Teil kommen. Und es ist vor allem immer die ganze Zeit über so wahnsinnig wertschätzend. Ja, sie reden halt, sie loben eigentlich alle Kollegen in den aller, allerhöchsten Tönen. Und es hat sich so ein bisschen so ein Insider-Gag rausgearbeitet. Und zwar leiten sie diesen Intro-Song immer damit ein, dass sie sagen, Five, Six, Seven, Eight. Und dann geht das Ding los und der Erfinder von Scrubs, der ist auch immer mal wieder da. Und der hat ihnen also gesagt, ja, sie können jederzeit, wenn sie Fragen haben, dann können sie halt diese, können sie ihm die stellen. Er schickt dann eine Voice-Nachricht, so eine Sprachnachricht und dann können sie das später reinschneiden. Und das machen sie auch und sagen hier, hey, Bill Lawrence, die und die Geschichte. Heute, also jetzt haben sie irgendwie eine, gibt auch so eine Folge, da spielt Bob Kelso ganz gedankenversunken in seinem Büro auf der Gitarre. Ein Lied, Tuske Loser Hard oder so ähnlich. Und sie haben halt gefragt, ob das ein echtes Lied ist oder ob das für die Sendung sozusagen entwickelt wurde. Und Bill erzählt dann so ein bisschen rum und sagt, ja, wir haben das überlegt. Und ich habe mit Ken Jenkins, dem Darsteller von Bob Kelso, gesprochen. Und er hat zur Gitarre gegriffen und sagte, was hältst du denn davon, wenn ich sowas mache? Und er sagte, five, six, seven, eight. Und dann geht das Intro los und seine Sprachnachricht ist zu Ende. Und es ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig witzig. Ja, hört euch das an, das ist echt toll. Beim Farmcast, da bin ich auch schon eine ganze Weile dabei. Peter, Jessica und Thorsten. Thorsten ist der Einzige, der nichts mit Landwirtschaft zu tun hat in dem Podcast. Und die drei unterhalten sich einfach über Landwirtschaft. Wie ist das? Also Peter ist Landwirt, der hat gerade, weiß nicht, ob der den Hof von seinen Eltern schon übernommen hat oder gerade dabei ist. Oder ob er mitarbeitet, keine Ahnung. Wie das so ganz genau ist, hat sich mir noch nicht erschlossen. Aber er erzählt halt aus der Praxis eines Landwirts. Hat jetzt seit kurzem keine Kühe mehr, aber immer noch eine Biogasanlage und Grünland. Und ja, kann halt ganz viel einfach aus der Praxis erzählen. Ist auch so ein bisschen so ein Techfreak. Hat auch richtig Bock, beispielsweise seine Felder einzusehen mit kleinen Drohnen. Also, aber keine fliegenden, sondern welche mit Rädern. Das finde ich auch irgendwie total spannend, wenn er darüber philosophiert. Das ist echt cool. Darian Migge produziert den Podcast Filmmatik. Darian ist der Sohn von Tobias Migge, den wir vom Bladhering kennen. Und Darian ist, glaube ich, irgendwie acht oder zehn. Ich weiß es gar nicht mehr. Entschuldigung. Und er ist halt ein echt cooler Typ. Er hat es richtig drauf. Und er erzählt locker von der Leber weg und fasst irgendwelche Filme zusammen. Meistens aus dem Marvel-Universum. Gibt eine Zusammenfassung, was in dem Film passiert und erzählt, wie er ihm gefallen hat. Kam jetzt auch schon länger nichts Neues mehr. Aber gut, er wird was anderes zu tun haben. Ich freue mich jedenfalls immer drauf, wenn da was Neues kommt. Weil es einfach sehr angenehm zu hören ist. Er hat auch ein paar schlaue Gedanken immer dabei. Das finde ich auch richtig gut. Ja, Darian, guter Typ. Und dann habe ich noch hier Filterbubble. Das ist auch so ein ganz wichtiger Podcast. Da geht es darum, welche Säue werden diese Woche durch das digitale Dorf getrieben. Ann-Kathrin Büsker und Caroline Schwarz diskutieren über aktuelle Themen aus der digitalen Öffentlichkeit. Im Mittelpunkt stehen technologische Entwicklungen und gesellschaftliche Diskussionen im digitalen Raum und wie sich beides bedingt. Ann-Kathrin Büsker moderiert beim Deutschlandfunk. ist unglaublich schlau, hat eine wahnsinnig, wahnsinnig starke Haltung, die ich echt bewundere. Eine fantastische Journalistin, definitiv. Und Caroline Schwarz, die hat jetzt ein Buch geschrieben über Rechtsextremismus und so ein Kram mit einer Kollegin zusammen, deren Namen ich nicht weiß. Ich wollte mir das Buch auch immer noch bestellen, aber ich komme auch nicht zum Lesen, ehrlich gesagt. Also zwei sehr beeindruckende Frauen, die sehr schlaue Sachen sagen in diesem Podcast und das viel zu selten tun. Ich prangere das an. Letzte Episode aus dem Oktober 2019. Ja, ich weiß, die haben natürlich ganz viele andere Sachen zu tun, als einen Hobby-Podcast zu machen. Aber auch dieser Podcast, der bleibt einfach in der Liste drin, in der Abo-Liste, weil er halt da reingehört und weil es wichtig ist, diese Stimmen zu hören. Und weil die beiden es auch regelmäßig schaffen, meinen Horizont einfach stark zu erweitern mit dem, was sie sagen. Und ich freue mich einfach genauso wie bei den meisten anderen, die ich noch nicht deabonniert habe, sehr darauf, von denen was Neues zu hören. Da habe ich noch Frequenz mit dabei. Das ist der Inhouse, also der Meta-Podcast von 4000 Hertz, wo die also über ihre Produktionen erzählen, die sie so im Sortiment haben, in Anführungszeichen. Da habe ich auch schon mal vor einiger Zeit drüber gesprochen, dass ich manchmal mich so ein bisschen darüber ärgere, weil die es selten hinbekommen, in einer Podcast-Folge niemanden zu disqualifizieren. Also sie kriegen es irgendwie, schaffen sie es immer, zu erzählen, dass sie selber irgendwas besser können als manch anderer. Und da sitze ich manchmal davor und schimpfe und skippe dann auch so eine Folge oder so einen Abschnitt, weil ich das einfach so doof finde. Also ja klar, die wissen natürlich, was sie tun und sie haben ganz viel Erfahrung, bla 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 und sie können auch ganz toll produzieren, aber sie werden halt auch dafür bezahlt. Sie machen das beruflich. Und dann jemand anderem, der das vielleicht aber auch beruflich macht, eine Fähigkeit abzusprechen. Also wie zum Beispiel, ich habe mich das letzte Mal sehr darüber aufgeregt, als sie über so eine Studiofirma gesprochen haben, die Pirate Studios, die in Berlin stundenweise Studioräume mit Technik anbietet, wo sie sich dann so ein bisschen abfällig drüber geäußert haben, das kann ja nichts Großartiges sein, wenn man dafür sieben Euro ein Studio bekommt pro Stunde. Und sind dann hingegangen und waren ganz überrascht, dass es halt doch irgendwie ganz gute Sound, ganz, ganz gute Dämmung gibt und dass man ja doch völlig überraschend nichts von draußen hört an Nebengeräuschen. Und dass die, huch, verrückt, wer konnte damit rechnen, dass sie wirklich auch okaye Mikrofone verbaut haben in dem Studio. Ja, Donnerwetter, das fand ich halt irgendwie so ein bisschen schräg immer bei denen. Nichtsdestotrotz höre ich mir das an, nicht weil ich mich gerne ärgere, sondern weil das halt auch Leute sind, die im Podcast ziemlich nach vorne gehen und die wissen, was sie tun. Und da ist es halt, finde ich, auch ab und zu wichtig, mal eine andere Perspektive zu hören, als die, die ich habe. Und deswegen höre ich denen meistens ganz gerne zu. Beim Grauen Rad bin ich auch immer dabei. Gibt so ein paar Folgen, wo ich, ja, also oder manchmal teile ich den Humor der Machenden nicht. Das sind ja fast ausschließlich Männer, bis auf Mary. Und die hat den selbstgewählten Titel, die nackte Frauenbeauftragte. Das ist schon so ein bisschen, ja, weißer Cis-Hetro-Guy-Humor. Aber es geht eben um eine sehr coole Science-Fiction-Serie, nämlich Babylon 5, die ich auch sehr mochte. Und je häufiger ich diesen Podcast höre, desto sicherer bin ich, dass ich mir die DVD-Box demnächst mal bestellen möchte, weil ich die einfach ewig nicht mehr gesehen habe, die Serie. Und damals, als ich sie gesehen habe, konnte ich sie nicht so würdigen wie jetzt, wo ich den Podcast kenne. Und wo mir Leute erzählen, was das für bahnbrechende Effekte gab und wie einflussreich diese Serie trotz ihres geringen Budgets eigentlich war. Den Haus 1 Podcast habe ich auch noch. Susanne Klinger und Katrin Rönecke haben ja ein Podcast-Label gegründet. Und in sehr, sehr unregelmäßiger Folge berichten sie im Haus 1 Podcast darüber, was bei ihnen so läuft. Ja, über die Sache mit der Werbung, was sie gelernt haben dabei und so weiter. Auch sowas, der läuft halt so mit. So, da kommen wenig Folgen, ist auch nicht schlimm. Ja, und wenn was da ist, höre ich mir das sehr gerne an, weil ich auch die beiden für sehr schlau halte und mir gerne von denen Dinge erzählen lasse. Sehr schön finde ich auch immer Hoaxilla, den skeptischen Podcast aus Hamburg. Alexa Waschkau und ihr Mann Alexander produzieren den und es geht um urbane Mythen und Legenden. Ja, so Verschwörungsmythen im Wesentlichen. Also, jetzt haben sie, gerade heute habe ich die Folge 253 gehört, wo sie über Haie gesprochen haben. Den Mythos, dass weiße Haie so gefährlich sind und einen schlechten Charakter haben. Das ist natürlich Quatsch, aber sie haben das nochmal sehr schön rausgearbeitet, warum das so ist. Und es gibt in letzter Zeit jetzt so, zu Corona-Zeiten haben sie gerade so eine, ja, ich will fast sagen, Kooperation mit Tommy Krabbeis, der auf dem Twitch-Kanal von Wild Mix immer mal wieder Leute einlädt, um mit denen über Verschwörungskram zu sprechen. Also, Tante Inge ist ein Nazi, was kann ich damit tun? Was ist Toxic Fandom? Grippe, Pandemie oder wie sind so Titel dieser Folgen? Da erhöht sich, das ist wirklich einer so dieser, auch sowohl Diesel-Nomade als auch Fake Doctors, Real Friends und eben auch Oxilla, finde ich gut. Das sind halt Podcasts, die in der Corona-Zeit ihren Output so stark erhöht haben. Ja, das kommt mir einfach sehr entgegen, weil ich in der Corona-Zeit tatsächlich meinen Output ein bisschen runtergefahren habe, was High Alarm und What's in Your Pants anging und in Teilen eben auch das Nord-Süd-Gefälle oder natürlich SH um Himmels Willen, da ist ja auch echt lange nichts passiert. Ja, und das freut mich einfach, dass von denen mehr kommt, weil ich die auch einfach sehr, sehr schätze und den beiden gerne zuhöre und auch in den Special-Folgen, das ist immer sehr, sehr unterhaltsam. Hobby Querschnitt ist ein Podcast von meinem lieben Freund Björn. Das ist ein absoluter Ehrenmann, Metaller, Rock'n'Roll ist quasi sein zweiter Vorname, würde ich fast sagen. Und er erzählt halt darüber, wie man so lebt, wenn man im Rollstuhl sitzt. Auch das macht er sehr unregelmäßig, das ist aber überhaupt nicht schlimm. Er macht es halt so, wie er es hinkriegt und das sind auch sehr, sehr spannende Einblicke. Ich möchte fast sagen, dass ich ihn darüber kennengelernt habe sozusagen. Also wir haben irgendwann mal auf einer damals noch Podlove-Podcaster-Workshop-Veranstaltung in Berlin gesessen. Da war er auch da, das erinnere ich noch. Da hatten wir aber irgendwie keine Gelegenheit, uns zu unterhalten. Und dann hat er seinen Podcast angefangen. Und als wir uns dann das nächste Mal trafen, da sind wir dann irgendwie schon ins Gespräch gekommen, weil wir uns dann auch irgendwie bei Twitter folgten oder weiß der Geier was. Und es ist einfach darüber, ja, da hat sich so eine richtige Freundschaft draus entwickelt, die ich auch nicht mehr missen möchte. Und genauso wenig möchte ich, dass mir sein Podcast in der Liste fehlt. Und in eurer Liste sollte der auch nicht fehlen. Als Poptee übrigens im Hintergrund gerade der Kirchenchor meiner Frau dürfen sich ja noch nicht wieder zum Proben treffen. Und deswegen haben sie gesagt, wir machen das jetzt dann im Garten. Und dieser Garten grenzt an unseren an. Deswegen hörte sie jetzt im Hintergrund sich so ein bisschen warm singen. Was ich noch sagen wollte, ich bin noch beim Hörchaos, gemacht von Thomas. Den habe ich kennengelernt auf dem letzten Kongress, auf dem 36C3. Und habe mich mal so ein bisschen mit ihm unterhalten. Ich kannte den vorher gar nicht. Und das, was er macht, das finde ich total gut. Er ist halt Lehrer in Bayern an der beruflichen Oberschule und macht auch mit Holgi irgendwas. Und so, da habe ich ihn überhaupt das erste Mal wahrgenommen, weil er da beim Sendezentrum mit auf der Bühne war, die ich ja in weiten Teilen mit organisiert habe. Das fand ich einfach wahnsinnig unterhaltsam. Und sein Personal Podcast, das ist eben das Hörchaos. Und da geht es halt einerseits so um Wochenrückblicke, aber manchmal hat er auch so thematische Sendungen, wie die kleine Pride-Flaggenkunde oder hat sich mit einer Podcast-Kollegin, weiß ich gar nicht mehr, wie die hieß, habe ich vergessen, da haben sie die Harry-Potter-Bücher besprochen. Oder es ging mal in einer Folge um Schlaginstrumente und so weiter und so fort. Also das ist auch ein klassischer Personal Podcast halt. Dann bin ich bei den Kack- und Sachgeschichten. Über die habe ich auch schon mehrfach hier gesprochen. Drei Jungs aus Hamburg, die sich über Nerdkultur, über Film unterhalten, über Gaming mitunter. Und das ja in einer manchmal vulgären Weise immer sehr, sehr unterhaltsam, aber auch immer sehr gut vorbereitet. Und also die neueste Folge heißt die Pumenschow. Also sprich, sie machen auch immer so ein bisschen Wortspiele, die mit Exkrementen zu tun haben. Und in dieser Folge geht es eben um die Truman-Show. Habe ich noch nicht gehört, aber es wird wieder großartig werden, davon bin ich sicher. Der Kastenfisch ist tatsächlich einer der ersten Podcasts, die ich jemals abonniert hatte oder gehört habe sogar. Und zwar, das ist auch so einer dieser Podcast-Urgesteine. Die sind schon irgendwie, der ist jetzt irgendwie bei Folge, was sagt er? Weiß ich jetzt gar nicht. Seit elf Jahren macht er das jetzt schon. Und tatsächlich, als ich damals in einer kleinen Werbeagentur in Kiel angefangen habe, Podcasts als Auftragsproduktion zu machen und keine Ahnung hatte, was Podcast eigentlich ist, habe ich halt danach geguckt, was gibt es denn so an Podcasts auf dem Markt und habe eben noch irgendwie drei oder vier gefunden. Und aus irgendeinem Grund bin ich beim Kasten für Schengen geblieben. Ich weiß bis heute nicht mehr, warum. Aber das ist halt so die Definition von Personal Podcast. Marco produziert im Prinzip wöchentlich, fast immer wöchentlich. Und ja, immer so eine halbe Stunde ungefähr erzählt er aus seinem Leben, was war bei ihm los. Und das macht er seit elf Jahren. Das ist also wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend. Und bei Degenlinger fällt mir ein, dass ich ganz vergessen habe, ihm zum Podcast-Jubiläum zu gratulieren. Also auf diesem Wege Glückwunsch. Von Konspiratives Kichern gibt es auch bisher nur eine Folge, produziert unter anderem von Lars von Auf Distanz. Und das ist auch irgendwie so ein, wir treffen uns und sitzen zusammen, unterhalten uns über Dinge. Das ist so der Plan gewesen. Die erste Folge ist auf dem 36C3 entstanden. Da hat er mit Inga, Sascha, Ute und Vera über den Kongress gesprochen. Und das ist eigentlich im Wesentlichen das, was es bisher dazu zu sagen gibt. Ich freue mich auf neue Episoden. Der ist wahrscheinlich auch sehr davon eingeschränkt, dass wir uns gerade nicht in echt treffen können. Das ist halt das, was Corona mit uns macht. Ein sehr schönes Projekt, das ich auch sehr, sehr schätze und tatsächlich eins der wenigen kulinarischen Projekte ist der Käsekeller-Podcast. Lara und Daniel unterhalten sich darin über Käse. Sie schicken sich immer abwechselnd Käseproben zu und verkosten die dann gemeinsam. Und das in einer Art, die ich einfach sehr, sehr schätze. Da höre ich gerne zu. Die sitzen einfach remote zusammen und essen Käse und sprechen darüber, wie der nun schmeckt und was man damit vielleicht machen kann. Wie könnte man den in der Küche benutzen? Zu welchen Zwecken kann man den irgendwie zum Überbacken nehmen? Oder gehört er doch besser aufs Brot? Sowas. Toll. Lage der Nation muss ich eigentlich auch nichts zu sagen. Das ist ein Podcast, der zu den Erfolgreicheren in Deutschland gehört. Philipp Banse und Ulf Burmeier unterhalten sich über aktuelle politische Themen. Auch viel Netzpolitik mit dabei. Immer mal wieder mit Interviewgästen, die sich aus berufenem Mund beispielsweise über China unterhalten oder äußern. Ja, ein klassisches News-Angebot, das sehr, sehr gut vorbereitet ist, sehr konsequent, sehr kompetent, und über Themen informiert aus einer netzpolitischen und Freiheitsrechte-Perspektive. So kann man es, glaube ich, sagen. Dann gibt es einen Husumer-Podcast, den ich in der Liste habe, der jetzt Corona-bedingt auch gerade ausfällt. Und zwar heißt er Live aus der Luke. Die Luke, das ist ein klitzekleiner Kiosk im Husumer Schlossgang, so am Rande der Fußgängerzone zwischen Marktplatz und Schloss. Da ist so eine kleine, enge Straße. Und direkt am Rathaus ist so ein Torbogen. Und hinter diesem Torbogen, da kann man so eine Luke aufmachen. Und da hat jemand einen kleinen Kiosk dann eingerichtet. Und der verkauft da irgendwie Ansichtskarten und Tüdelkram und kriegt einen Kaffee für günstig und so Kram. Und manchmal lässt er halt einfach sein Aufnahmegerät mitlaufen und er hält sich spontan mit den Leuten, die gerade da sind. Ganz häufig ist das einfach nur sehr, sehr großes Chaos und unfassbarer Blödsinn. Aber es ist eben trotzdem spannend, weil halt Leute da zu Wort kommen, die einfach so in der Stadt wohnen und da vorbeikommen und einfach mal mitmachen oder halt auch nicht. Oder auch mal sagen, nee, ich habe keinen Bock da drauf, hör auf. Und dann kommt eben auch mal ein besoffener Penner vorbei, der da irgendwelche Wüstenverschwörungstheorien zum Besten bringt. Und auch der bekommt seine Redezeit und wird da herzlich aufgenommen und ist halt mit dabei und gehört dazu. Das finde ich sehr nett. Wer Huse mag, wird live aus der Luke lieben. Logbuch Netzpolitik muss man auch nicht unbedingt vorstellen. Von Tim Pridloff und Linus Neumann. Da geht es um netzpolitische Themen. Ja, auch einer der berühmteren Podcasts, würde ich mal so behaupten wollen. Dann habe ich jetzt, und das ist noch so ein Ding, der ist wirklich noch in der Warteschleife, wo ich echt noch nicht sicher bin, ob ich den behalte. Der MSW-Podcast. Ausgeschrieben Marble Sports Worldwide. Ich bin ja seit kurzem so ein bisschen angefixt beim Thema Marble Sports. Ich habe darüber gesprochen, dass ich die Marbula One kennengelernt habe. Und also zwei Brüder aus den Niederlanden bauen Murmelbahnen und machen da so, veranstalten Rennen. Oder jetzt gerade ist die Marble League gestartet. Das ist im Prinzip so eine Art olympische Spiele für Murmeln. Oder wie wir damals in Hessen gesagt haben, für Klicker. Und ja, da gibt es dann also wirklich diese Videos, wie Murmeln über einen Parcours fahren. Und da gibt es einen Kommentator, so einen Sportkommentator, richtig, der das kommentiert. Und sie bauen da auch noch irgendwelche Goodies mit ein. Bei einem der letzten Rennen ist jemand auf die Rennstrecke gelaufen. Und dann kamen die Security Marbles und haben ihn abgeführt. Und was weiß ich, dann ist bei einem anderen Rennen ist eine Kugel aus der Bahn geflogen. Und da haben sie dann irgendwie in zig verschiedenen Einstellungen das nochmal gezeigt. Und auch aus der Pilotensicht, wo du halt natürlich nichts erkannt hast, weil es halt das Bild rollte immer so. Das sah einfach total wild aus. Und natürlich gab es dann auch noch eine Aufnahme, wie die Kugel neben der Bahn lag und von zwei Notarztmurmeln untersucht wurde, ob es ihr auch wirklich gut geht. Also ganz großartig. So, und dieser Podcast ist eben auf Englisch. Und sie sprechen darüber, wie das so funktioniert mit dem Marblesport. Und ja, ich, wie gesagt, ich habe da so ein paar Folgen noch in der Playlist. Meine Playlist ist ziemlich lang, hat gerade irgendwie etwas über 100 Stunden, die ich noch vor mir herschiebe. Und ich bin dann noch am Test hören. Ich bin noch nicht ganz, ganz überzeugt, ob ich den Podcast wirklich behalte. No Such Thing as a Fish ist auch ein Podcast, den ich schon seit einigen Jahren in der Playlist habe. Und zwar gibt es eine Sendung im britischen Fernsehen, die heißt Quite Interesting. So eine Quizshow. Ich habe die ehrlich gesagt noch nie gesehen. Da geht es um kuriose Fakten. Und vier von den Menschen, die diese Fakten recherchieren und vorbereiten, die machen einen Podcast zusammen. Und der heißt No Such Thing as a Fish. Jeder stellt ein kurioses Thema vor und die anderen steigen dann ein und reden darüber. Also es ist jetzt nicht so, dass die davon überrascht würden. Aber ja, sie tun halt manchmal so ein bisschen so. Alles, also alle sehr schlau und auch, glaube ich, geübte Stand-up-Comedians. Denn es ist manchmal wirklich wahnsinnig witzig, wie die sich die Bälle zuspielen und was für absurde Gesprächsfäden daraus sozusagen entstehen. Ja, und das alles in einem sehr britischen Englisch gesprochen. Das ist auch sehr angenehm zu hören. Dann habe ich jetzt relativ neu mit in der Liste podnews.net. Und zwar ist das James Cridland, ein australischer Radioberater, der sich jetzt auch immer mehr für das Thema Podcasting interessiert und den vermutlich erfolgreichsten Newsletter herausgibt mit Nachrichten aus der weltweiten Podcast-Szene. Und das macht er eben auch in Podcast-Form. Werktäglich erscheint das Ding, ist immer so ungefähr drei bis fünf Minuten lang. Eigentlich sind es immer so um die drei, dreieinhalb Minuten. Und da hechelt er pro Folge so ungefähr vier bis fünf Themen einmal durch. So eine grobe Zusammenfassung, dass man ungefähr weiß, worum es geht. Da kriegt man halt so ein bisschen so einen Überblick. Und wenn es dich dann interessiert, dann kannst du halt dich weiter informieren. Was ich sehr spannend fand in der Folge, die ich heute gehört habe am Tag der Aufzeichnung, da ging es darum, dass iHeartRadio ein paar, also iHeartRadio ist eben eine US-Radio-Kette, die ganz viele Stationen in verschiedenen Städten in den USA haben. Und die produzieren auch eine Menge Podcasts, unter anderem auch Fake Doctors, Real Friends. Und sie haben jetzt auf den iHeartRadio-Stationen Werbung geschaltet für drei ihrer Podcast-Produktionen, wohl mit einem Media-Wert. Also wenn sie das selber eingekauft hätten, dann wären es irgendwie 1,9 Millionen oder sogar Milliarden Dollar gewesen, die sie dafür hätten bezahlen müssen. Und Donnerwetter, es hat was gebracht. Die Podcasts sind in der iTunes-Abo-Liste irgendwie gestiegen. Ja, doch, wer hätte das gedacht, wenn du den ganzen Tag, also sie haben mal, Cridland hat das irgendwie ausgerechnet, dass die Werbespots für diese Podcasts 64.000 Mal im US-Radio gelaufen sind, in einer Woche. So ist doch vollkommen klar, dass da die Leute dann irgendwann nicht mehr anders können, als auf Abonnieren drücken. Den Podstock Orga-Podcast habe ich auch mit in der Abo-Liste, da hatte ich auch kürzlich drüber gesprochen. Da wird eben drüber berichtet, wie es mit dem Podstock gerade läuft, was so die aktuellen Schritte sind, die das Orga-Team unternimmt. Und es war ja auch jetzt hier neulich Thema, als die Orga bekannt gegeben hat, dass es dieses Jahr ein Remote-Podstock geben wird. Kommen wir vielleicht noch zu tausend Fragen. Jedes Mal, oder fast jedes Mal, ermittle ich ja über Zufallsgenerator eine Zahl, oder mehrere Zahlen, wo ich dann aus einer Liste von tausend Fragen, die sich offenbar nicht an Männer richten, wollen wir ganz ehrlich sein, welche auswähle. Und die beantworte ich dann im Podcast und erzähle so ein bisschen, damit ihr mich ein wenig besser kennenlernt. Und ich mich möglicherweise auch, denn ich muss ja auch drüber nachdenken. 445 ist zum Beispiel mit dabei. Was trinkst du an einem Tag vorwiegend? Das ist relativ einfach zu beantworten. Ein bisschen Wasser, und zwar Mineralwasser, gerne ohne Geschmack. Und dann aber auch in letzter Zeit erschreckend viel Cola Zero. Ist mir auch erst neulich aufgefallen, wie viel ich davon tatsächlich am Tag trinke. Also gerne auch mal drei Liter von dem Zeug. Und das ist, glaube ich, ein bisschen viel. Ich muss mal gucken, dass ich davon wieder wegkomme. Es ist so, wie es ist. 880 ist die nächste Frage. Kannst du Stille gut aushalten? Ja, kann ich. Ich kann den ganzen Tag schweigen, wenn es sein muss. Ich kann auch den ganzen Tag ohne irgendwas auf den Ohren einfach nur da sitzen und mich anderweitig beschäftigen. Zum Beispiel, indem ich auf meinem Handy rund drücke oder ein Buch lese oder sowas. Das stört mich überhaupt nicht. Ich habe auch überhaupt nichts gegen solche Situationen, wo ich mit Leuten zusammensitze auf Partys oder auf Veranstaltungen. Und wenn dann so eine natürliche, so eine Pause entsteht im Gesprächsfluss, wo man halt einfach gerade mal sich nichts zu sagen hat. Ich empfinde das nicht als unangenehm. Ich habe da nicht den Drang, dass ich jetzt das Gespräch irgendwie am Laufen halten muss, wo ich irgendwie dann mir krampfhaft irgendwie ein Thema aus der Nase ziehen muss, was den anderen, was meinen Gegenüber vielleicht gerade nicht interessiert und wo ich dann nur so vor mich hin monologisiere. Das mache ich ja nun schon häufig genug im Podcast, wollen wir ehrlich sein. Nee, also Stille für mich überhaupt kein Problem. Und die letzte Frage für heute ist die 806. In welcher Beziehung sind Kinder angenehmer als Erwachsene? Kinder sind dann angenehmer als Erwachsene, wenn sie, ja, wenn ich glaube, das sind genau diese Situationen. Wenn man sich nichts zu sagen hat, dann kann man auch mit Kindern mal gut schweigen und die beschäftigen sich dann irgendwie oder man beschäftigt sich irgendwie zusammen. Man muss nicht immer mit denen reden. Man kann aber. Manchmal finde ich es total spannend, mich mit Kindern zu unterhalten, weil die so eine komplett andere Sicht auf die Welt haben, die sich von meiner logischerweise komplett unterscheidet, weil sie halt einfach, weil wir unterschiedliche Perspektiven haben und unterschiedliche Erfahrungen haben. Sowohl bei tiefsinnigen Gesprächen über you name it bis hin zu irgendwelchen Blödeleien ist das total spannend, sich mit Kindern zu unterhalten. Das habe ich bei Erwachsenen nicht immer. Manchmal wünsche ich mir auch einfach von manchen Erwachsenen, dass sie viel häufiger die Klappe halten und sich einfach mal mit nichts auseinandersetzen oder mit nichts in meine Dinge einmischen, über die ich gerade so nachdenke. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Bis das passiert oder bis hier eine neue Folge von Jörn Schaars vor einem Podcast erscheint, wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020